Lange blonde Haare, Hammerfigur, hübsches Gesicht. Keine Frage, Sylvie Mais ist eine absolute Naturschönheit. Bisher zeigt sich die Moderatorin immer top gestylt auf ihren Bildern. Frisur, Outfit und Make-up müssen sitzen, denn die 40-Jährige weiß sich vor der Kamera zu präsentieren. Doch diesmal zeigt sich Sylvie unerwartet oben ohne. Nach einem absolvierten Workout postet die Ex-Frau von dem Fußballer Raphael van der Vaart dieses Foto. Leicht verschwitzt und ganz ohne Make-up blickt sie in die Kamera. Auf den ersten Blick hätten wir die schöne Niederländerin gar nicht erkannt. Doch selbst ungeschminkt und mit locker gebundenem Pferdeschwanz sieht Sylvie einfach klasse aus.